...Larinette Timo von Seil und an der Team-Larinette Philipp Staudenmaier, die Dudelsack-Polga oder Dudaska auch bekannt. Es geht weiter mit einer Tonnen-Polga von Ladislav Kubes und arrangiert hat es Franz Bummer, ein Kultklassiker der Original-Egerländer-Musikanten. Weltweit bekannt und beliebt, Ladislav Kubes komponierte diese wunderbare Polga als Liebeserklärung an seine Heimat in Südböhmen. Vielleicht kommt man drauf, die südböhmische Polga. Heute Morgen live hier bei der Sendung Faszination Blasmusik noch bis 13 Uhr von der Gartenmesse Mein Gartner nicht 2019. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Martin Huttenberger und wenn Sie Lust haben, jeden Sonntagmorgen gibt es die Sendung von 11 bis 13 Uhr bei Radio FIPS. Und zwar zu erreichen, regional unter 89,0 bei UKW und im Kabel unter 99,2. Und wenn Sie in Urlaub gehen und Sie haben noch Bock auf Blasmusik, weltweit im Webradio unter www.radiofips.de. Vielen Dank und jetzt die Butzbach-Musikanten mit der Kultpolka, die Südböhmische. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. Musik 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 Die südkirnische Polka, präsentiert von den Putzbach-Löse-Kalikien.